Hallo, ich bin Pia vom Presse-Kompass. Sebastian vom Presse-Kompass. Der Presse-Kompass ist ein interaktiver Meinungsüberblick, der Netzdebatten visualisiert. Und wir erstellen tägliche Presseschauen, in denen der Leser die Meinungen deutschland-internationaler Medien und Blogs in einer interaktiven Grafik bekommt, also alle Meinungen auf einen Blick hat und selber per Klickposition beziehen kann. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass alle Medien eh nur voneinander abschreiben und es keine unterschiedliche Meinungen gibt, dann müsst ihr einfach auf den Presse-Kompass gehen. Dort bekommt ihr die geballte Meinungsvielfalt präsentiert oder zumindest bekommt ihr die Lehrstellen in der Meinungslandschaft transparent gemacht. Und die Möglichkeit zum Mitmachen.